Musik Der Clown Sitzewitz hat auf eine witzige Art und Weise erklärt, warum Sonnenschutz wichtig ist oder wie man sich schützt vor der Sonne. Wir gehen einen Schritt weiter und es ist wirklich unbegreiflich toll, wenn man in der Schule ist und hat so Schulkinder vor sich und kann die begeistern und wir versuchen Wissen zu vermitteln und versuchen das mit unterschiedlichen Vorgehensweisen, naturwissenschaftliche, medizinische und kunstpädagogische. Also eine flächendeckende Weiterbildung in Sachen UV-Schutz für Kinder, für Eltern, für Lehrer, für Erzieher, für Kinderärzte, für uns alle. Und das ist ganz wichtig und das wollen wir zusammen mit der Deutschen Krebshilfe schaffen. Musik 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 Musik